Harry sagt guten Morgen, heute am 16. Januar 2020, es ist 8.45 Uhr, wir haben 20 Grad, wir haben keinen Wind, wir haben schöne Wellen und wir haben keine Wolke am Himmel. Heute Nacht waren es nur 15 Grad, ja und Tageshöchstwerte werden so etwa 23 Grad sein heute. Ich bin froh, jetzt bis zum nächsten Mal. Jetzt kann ich nicht zu sehen, wie es uns heute Abend geht. Ich bin froh, jetzt ist es schön, aber ich bin froh. Ich bin froh, jetzt bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und mit diesen Filtern verabschieden wir uns dann auch wieder für heute und sagen, wie gewohnt, bis morgen, hasta mañana.